Ich hoffe mal, dass das jetzt aktiviert ist und die jetzt hier rumlaufen. Ach, guck mal! Okay, ich habe eins. Können wir mehrere auf einmal nehmen? So, der Werkzeugschub muss jetzt noch irgendeine Bewandtnis haben. Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe einmal was rausgeholt, wenn überhaupt. Ich wollte mich gerade heilen. Ach, verdammt! Entschuldigung. So, ich nehme mir mal hier ein Bonbon. Ich habe nämlich noch drei Stück hier liegen. Also es ist kein Bonbon, sondern so ein Kaubonbon. Ja. Na gut, dann können wir direkt hier unten gucken, wie das aussieht. Ich nehme mir jetzt auch nichts. Ich nehme mal die Quest. Oh, fuck. Lauf mir das Wasser. Ah, da. Nummer zwei. Und Nummer drei. Okay. Ich hoffe mal, dass wir drei Stück gleichzeitig aufnehmen können oder so. Ich hoffe mal, dass ich jetzt jedes Mal da hin laufen muss und... Ich wollte schon sagen, du bist jetzt nicht tot, oder? Ja, okay, das ist sehr schön, dass wir mehrere gleichzeitig aufnehmen können. Ach, meine Nase juckt. Verziehe ich. Pisser, ey. Das war hier unten, ne? So, jetzt haben wir alle drei. Wie es aussieht, wenn wir rennen. Ups. Vorsichtig. Dass wir nicht wieder in diese olle Tür reinlaufen. So, rein da. Oh, meine Nase ist so hart. Ist am Jucken, ey. Hey, ihr habt sie geholt. Na dann mal nichts wie los. Wie die aussehen. Prima, jetzt können sie wieder ohne Probleme draußen toben. Ja. Äh, wir ohne Probleme draußen toben. Und der letzte... Ah. Nein, ihr habt mir sehr geholfen. Jetzt können sich die Viecher wieder entspannen. Die Jungs wart echt eine tolle Hilfe. Kann ich euch irgendwie helfen? Hm. Ich weiß. Es gibt da ein altes Lied. Ich wohl... Ist wohl eine Art Beschwerung. Da haben wir das letzte Liedstück. Was war das? Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, der Text ist unfallständig. Das Lied muss ein großes Geheimnis bergen. Versucht doch, das Rätsel auf eure Reise zu lösen. Wir zählen auf euch Jungs. So. And now we are going to visit the Donglingwald. With our friend Baron. So. Äh. Und dann gucken wir mal... Was ist... Mit dem Dingsbums da auf sich hat. Ahahah. Aber ihr könnt mich doch alle mal kreuzweise an der Puppe schmatzen, ey. Okay. Ich hole mir jetzt erstmal hier wieder Energie. Du bist auch seltenst dämlich, ne? Warum juckt meine scheiß Nase so? So extrem hat die noch nie gejuckt. Warum hupen die draußen wieder wie die Bekloppen? So. Ähm, wo ist denn da Weisheitszauber? Ein schönes Lied. So, dann können wir das auch durchstreichen. Jetzt habe ich keine offenen Quests mehr, also die ich hier aufgeschrieben habe. Nach oben ist, glaube ich, immer gut. Yay! Okay, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Kann man sich da festhalten mit dem Lied? Ja, natürlich kann man sich da festhalten. Supi. Äh! Mit der Wand kann ich nichts zu tun haben. Lustige Musik von der Kujara-Wrench wieder. Wo muss ich denn hin? Ah, da oben. Ich bin voll in die falsche Richtung gerade geflogen. Yay, Hakenstern. Achso, ich habe schon durchgestrichen. Ähm, das ist so ein Angriffsding. Das ist irgendwie so eine Mischung aus dem da und dem da. Also man kann sich damit festhalten und auch vernünftig angreifen. Ja, es sieht sogar noch eigentlich ganz cool aus. Ach komm, wir können ja einfach hier nach ganz rechts und dann hui. Warum rutschst du nicht? Dann halt nicht. So. Gut. Hier die Wasserpflanzen kann ich auch mal wegstreichen. Da haben wir nämlich auch schon alles gemacht. So, und ich habe jetzt nur noch das letzte Schreien. Und das war's. Sonst habe ich nichts mehr offen. Jetzt müssen wir mal gucken. Abenteurerhinweis, keine Ahnung. Goldener Turm, keine Ahnung. Ähm. Oh, es sieht alles sehr vollständig hier aus. Okay, hier fehlt ein bisschen was. Letzte böse Schwein. Okay, klar. Der stille, selige Priester. Keine Ahnung. Eisbonbons. Hm. Ich werde mal gucken, was das mit den Eisbonbons auf sich hat. Und wir sehen uns dann wieder. Also wenn. Fertig, ne? Obwohl, ich könnte auch mal gucken, was mit den anderen Aufgaben ist. So. Ähm. Ich habe mir mal hier rausgeschrieben. Ähm. Wegen den Eisbonbons, den Priestern und dem Abenteuertun. Und zwar die Eisbonbons, da müssen wir 30 Gegner für mit der Eisrobe töten. Ähm. Und das mit dem Priester hat mit hier diesen Blümchen zu tun. Auch. Also sind beide. Also die Eisbonbons und das Priester-Ding ist beides in dem Zirkus-Ding abzugeben. Und die Abenteuertunen. Ich schätze mal, also es gibt fünf Stück. Und ich schätze mal, mir fehlt die eine in der Maus-Village. Weil die hat irgendwie zwei Millionen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, haben wir überhaupt so viel. Ja. Könnten wir also aufmachen. Also ich schätze mal, dass es das ist, die fehlt. Aber wir rüsten jetzt erstmal unsere tolle, äh... Eis-Probe aus. Sollte vielleicht eine andere Waffe auswählen. Süß. Okay, ich mach mir mal Striche. Ich mach mir mal. Nein. Bis zum nächsten Mal.